Oh Gib mir ein Zeichen. Oh, fick dich doch. Hör auf jetzt damit. Oh Gott, oh Gott, oh je. Du musst nur den Sicherungskasten finden. Ja, du musst nur den Sicherungskasten finden. Alter, wie verkackt riesig ist denn dieser Keller hier? Wo komm ich denn da an? Ein Baker anwesend oder wo? Ethan! Ethan! Ja, jetzt läuft er wie auf die Treppe zu. Oder? Hier, da. Guck mal das. Nein! Nein! There is a broken key in the locker. Ja, ich muss eine Zange aber finden. Gott. Was? Was ist los? Alter, was ist los? Wer die Sache hat? Wer ist denn mit mir? Oh Gott. Alles so gut? Bist du kommst? Wo? Guck ich die Kiste rein? Oh, das ist bestimmt nur ein Meerschweinchen drin. Oh, ne kleine Katzenkind. Oh! 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 Oh, die Wichser! Die Penner, Alter! Die Penner! Oh! Oh, das Ding her! War doch gar nicht so schlimm. Jetzt schlimm ist, ihr kriegt ja auch mit dem Bolzensteiner, ihr kriegt ja auch den Schlüssel nicht aus dem Schlüsselloch. Okay, das kann ja jetzt auch glaube ich nicht das Rätselslösung sein. Oder? Ja, ähm... Meinst du? Meinst du nicht? Die Hauptsicherung kappen, oder? Alter... Ah... 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 Geh mal nach oben. Und zwar in mein... Da, wo ich wohne angeblich. Oh shit... Echt? Ja, meinst du? Da? Da hast du so'n Schluss davor. Ah, stimmt. Hast recht. Oh... 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 Noch mal Crouch? Probier jetzt noch mal. Jetzt mal... Ne? Ne. Kannst nix machen. Okay. Kann ich... warte mal... Ach so! Ah... Entschuldig. Entschuldigt bitte. Ich hab die falsche Tasse gedrückt. Hallo! Ah... Sehr schön. Jetzt können wir uns mal vorne im Foyer das angehen. Jetzt haben wir einen Tritt. Oh, was jetzt? Was? Me Munchie. I miss you. Your daddy. Was ist das? Ach so! Ach so! Das ist ja klar. Der nächste ist kein Sklavenvorteil. So, und wir hatten auch noch im... im... Also, wir gucken... im... Wir gucken uns noch da... hier das Schloss an. Aber wir hatten im Keller noch ne... ne Situation, wo wir die Leiter gebraucht hätten. Wir gucken. Wir gucken. Mhm. Guten Tag! Stubenrevierkontrolle. Hier ist mal gar nichts. Jetzt muss ich natürlich die Stelle erstmal wiederfinden. Das war im roten Regal. Hier vorne war, oder? Kann ich das sehen? Ja. Yes! Ich weiß auch, was da du einfach freust. Äh... Wunderbar! Schön. Wir sind... Oh. So... Einfach... Einfach den Werkzeugkasten umgedreht und alle Maulschlüsse fallen dir in die Fresse, Alter. Skloodriver nehmen wir mit. Genau. Tatsächlich... Ich weiß jetzt nicht, ob uns das... Stromsher bringt uns doch jetzt hier aber... Ja? Sonst hier... Scheinbar... Schon. Nee. Warte mal... Da... Ach du meinst, das ist ein... Könnte eine Kombination sein, ne? Ach du meinst, das ist ein... Was? Kann das sein? Was haben wir schon wieder übersehen? OHH! OHHHoOHHH! OOOOH! Vat los, was los hier, was los hier? Vat... ALTER! Alter, was war denn das, bitte? Alter, was war denn das jetzt? Freunde, was hast du gemacht? Äh, ne, ich hab die erste und die letzte Sicherung angemacht. Das hat die Verhöhung aber auch schon gemacht. So, ich hab den angemacht. Ja. Ich glaub, ich weiß, wie du da vorbeikommst. Du brauchst aber trotzdem voller Ausdauer. Mhm. Alter, wenn ich hier ziehe, 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 das war das Ding. Oh Gott. What jetzt? Jump and run? Okay, ja. Super Mario. Krass, 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 krass. Der Boden ist da. Holter. Oh, die Animation sieht auch top aus. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben Licht. Wundervolles Licht. Mach es an. Ach, ist das schön. Ist das schön. Wie ist das schön. Die Türen sind zu. Soll ich das hinterfragen? Erstmal nicht wem, als im Telefon. Was? 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 Welche Türen sind hier auf und zu? Oh Gott, das Fenster. Oh, nee. Sag mal hin. Geh mal hin. Okay. Oh. Oh. Aber das ist doch der Flur, oder? Das ist doch der Flur. Das ist doch der Flur. Aber das ist so schwer, die da. Wo, wie, wo, 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 wo? Oh Gott. Da sind schon wieder sehr viele Sachen, die auf immer passiert sind, hier, Benni. Hallo? Das ist ein tolles Wohnzimmer. So anheimelnd, oder? Schreck, verschreckt erst mal eine Leiter hin. Äh, hallo? Das ist mein Geburtstag, und endlich zu feiern. Liebe Vater, liebe Mutter, ich bin so glücklich, dein Sohn zu sein. Ich liebe dich, Camilla. Was? Was? Ich bin so glücklich, dein Sohn zu sein, Camilla? Hä? 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 Jeder darf das sein, was er möchte. Ah. Du darfst doch nicht vergessen, wir sind immer noch in den Jahren 1980. Ja, vor allem, warum, aber dafür wird die Endschiffe hier hoch, Freunde. Ground Floor Planimitari. Keller, Start, Atrium, Lunch, Kitchen. Hä? Aber das ist doch... Ah. Genau. Das ist quasi ein Grundriss. Ach, daneben, die Tür, die zu ist, da jetzt nochmal ein Keller rein. Oh Gott, okay. Oh my god. Oh, mein Gott. Man, Alter. Mach da die Glotze aus. Oh, fehl, fehl, fehl! Oh, fehl, fehl! Okay, ich hab's verstanden. Keiner berührt dich in Fernsehs. Keiner schaltet um. Ist ja gut. So, es war wieder an. Lass mich nicht rein. Wenn ich sage, wir gucken direkt, gucken wir direkt. Ich dachte, jetzt geht's gut. Und wir raus. Leck mich raus. Bini kann nichts machen. Ich bin weg. Weg. Du kannst das Spiel jetzt alleine spielen. Oh Gott. Er kann keine Lampe an nichts machen hier. Was soll ich denn machen? Jetzt Camilla, hör auf, Zäulen. Oh scheiße, die Tür ist offen. Was soll das Licht? Nö. 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 Versteck nicht. Versteck nicht. Oh, nee. Oh, Benni. Wieso? Oh. Wirklich. Trau dich. Trau dich. Oh Gott. Oh Gott. Ist doch Sini. Ist doch von Spaß am Dienstag. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist von Tagheim. Das ist Toscani. Wer bin ich mit? Hallo Inspektor. Ich bin Angela. Angela, from the department. Is everything alright? I feel you're a little upset. Everything's okay, Angela. I just ate too fast. Have you discovered anything? We did some research in the Land Registry Archive. The villa was purchased by Dr. DeSantis about two years ago. From the seedling filed five years earlier, we know it must exist. A passage of about 50 meters down in the cellar. Maybe a bunker dating back to the war. The strange thing is that the doctor filed a new document last year, in which this environment no longer exists. It doesn't make sense that the doctor did some work to cover this additional space. It can have disappeared into thin air. That is indeed very strange. Okay, great job, Angela. Can you actually... ...with the scissors... ...em... ...their things on? How about? Beispiel unten, wenn du jetzt hier in den kleinen Räumchen wieder reingehst, da gibt es hinten rechts so eine kleine Klappe. Kannst du damit mit dem Schraubenzieher dieses eröffnen? Alter, du bist ein krasser Typ, Alter. Nicht schlecht. Wie hast du denn das denn zum Schirm gehabt? Du hattest vorhin in den Raum reingeschaut und ich dachte mir so, manchmal versteckt sich er hinter diesen kleinen Scheißding am Bad. Was ist denn, bitte? Er sagt, er kann es nur mit dem Schraubenzieher aufschließen und ich benutze den Schraubenzieher. Warte mal. Anit ist, ach, er braucht... Ein Screwdriver. Ja, er braucht einen Kreuzschlitz. Und wir haben jetzt... Nö, oder? Das ist doch jetzt einer. Komm, hör mal auf. Wir haben nur einen Schlitz. Warte, das ist ja jetzt Quatsch. Gehen wir kurz in die erste oder warte mal. Was war das? Ja, das hat schon bei den Visages so schön funktioniert mit den Schränken. Auf allen Dingen kommt mir das... Oh Gott. Nein. Ich weiß nicht, dass die Sicherungen wieder weg sind. So, ich tippe mal, jetzt sind wir nochmal auf die Schränke hingewiesen worden. Wie? Wo? Na, wir sind auf die Schränke jetzt hingewiesen worden. Und ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich mit irgendwer konfrontiert, was uns jagen wird. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Oh! Jawoll! Oh! 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 Hier, Freunde. Alter! Alter! Aber Puppenpalle Deluxe, ey! Oh! 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 Boah! In mich so Shychenk, das war das Ding hier in der Ecke, oder? Stimmt! Art Door. pushed from... It wird nicht besser! Ne. Ne, Alter. I don't know, Alter. Ohh! Ohh! Oh nee. Was ihr heben? Oh, Penny, Alter. Schlüssel Möchte nicht, möchte nicht Zeig hoch hier? Nein, zeig hier hoch Ja Geh weg Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh Gott, oh Gott Ich muss sagen, das Haus ist schön groß Wenn ich so einen Weinkeller habe Super, super Ernst, schau Ernst, schau Oh Gott, oh Gott Geh doch mal wie groß es ist Oh nee Oh nee Nee Es ist schon klar, dass hier gleich Licht aussehen wird Wahrscheinlich, ich stehe denn hier im dunklen Keller Das Schöne ist, ich kann so wie vorhin Wo es einfach dunkel war Einfach weggeben Ja, schön Wie, bist du echt weggegangen? Ich hab mir schnell was zu trinken geholt Ich hab so viel Schiss Ey, ist aber wirklich krasser Weinkeller Hier geht der Mann hier Also klar, von mir die Namen Sch- 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 Ne, vor allem das ist mit diesem Scheiß Heide, Alter Was Das, das, dieses Feature kam noch ja nicht Ey, du Klaus Sch- 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 Oh Gott, geht der, oh Gott Ja, hier weckt doch euer Hound, der zägt doch Hä? Genau Hier können wir einen Code eingeben Du hast doch einen Code gehabt Wo? Wo? Oh, ja, wollen wir wirklich das dämonische Tor zur Hölle öffnen? Nein Wir lassen sie einfach zu, geh weg Benni Alles in mir sagt, mach ich drück nicht die Enter-Taste, ey Soll ich? Das ist ja noch die richtigen Zahlen Ja, 1, 2, 5, 7, 9 Oh Gott Warte, ich versteck mich hinter meinem Mikro Oh Oh, 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 warte, 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 warte Oh, 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 oh Achso, oh shit, oh shit. Oh Gott. Damit stunnst du sie oder was? Schlimm ist, dass du keine Zeit hast, Alter. Also für den Quicktime-Event. Der ist so kurz. Du kannst nicht mehr sagen. Ich werde dich nehmen. Du, du kannst dich nicht zu retten! Du kannst dich nicht zu retten! Ich weiß es nicht! Ich kenn das Spiel nicht! Du kannst dich nicht zu retten! Da! Da ist auch ein Brett! Halt! Du brauchst vier! Das ist zwei! Du wirst wahrscheinlich überall, wo du dich verstecken kannst, wirst du so ein Brett haben! Das ist aber scheiße! Oh Gott, das schaffe ich doch nicht! Das geht an der Hose! Oh Gott, da kommt sie! Oh Gott! Jetzt gehst du wieder weg! Easy! Easy! Heißt du gerade wirklich easy, sag du Arsch, Alter! Ey! Easy Snack! So, jetzt hier nach rechts! Nochmal nach rechts! Rechts! Ja, fast, nee! Jetzt hab ich selbst keine Orientierung! Geh erstmal nach oben! Okay! Dann musst du wieder runter! Oh! Oh! Mann! Bitte lass mich jetzt nicht an dem Tor anfangen! Bitte nicht! Nein! 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 So, also wir haben jetzt mal kurz die Controls getauscht! Ich hab die mal jetzt an Benni abgegeben, weil Benni ist halt wesentlich fitter irgendwie mit der Tastatur und Maus als ich! Und... Äh... Also ich komm mit den... Die Quicktime-Events irgendwie, die geht mir auf dem Pad-Greise noch hin irgendwie, aber hier... Sind sie mir einfach... ...zu schnell irgendwie! Das Spiel hat mich jetzt auch schon in einem schönen... ...den schönen Raubbau am Körper hier irgendwie! Okay, Entschuldigung! Let's do it! Okay! Stop, stop, stop! Run, Boy, run! Die große Frage... Genau! Ist schon fies, oder? Ist schon fies, oder? Boah, einmal warte ich noch ab! Denk aber dran, du musst dir das Brett noch cachen! Ja, ja, ja! Okay! Ahhhh... Da was? Da vorne! Perfekt! Wenn nicht, stell dich erstmal wieder in den Schrank an! Nö! Okay! Ich hab Bock drauf! Ah, ich bin in die falsche Richtung gelaufen! Weiße! Lauf weiter! Oh, ich kann nicht mehr spüren! Na, ich bin auch noch falsch gelaufen! Cleverer Boy! Hier nicht noch ein Brett? Nö! Da... Daneben! Rechts neben dem Schrank ist dann... Also, wenn du jetzt rauskommst, links ist ein Brett! Okay, okay, okay! Warte kurz! Wenn ich hier raus... Oh, da ist er! Nö! Nö, nö, nö! Wehe! Nö, nö! 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 Benni! Oh! Da ist doch gar kein Brett! Haben wir keinen Weg! Arsch! Okay, komm! Last Chance! Nö! Oh, schi... Nö! Mach das oldschool mäßig! Fang wir erstmal mit dem Brett hier an! Ich will mich nehmen! Thank you! You can't save yourself! Lass dir die Grae dazu, genau! Einmal kurz resetten! Danke! Das war der falsche Weg! Mir wird es egal! Einmal kurz resetten. Danke. Oh! Ohoho, fuck you. Da ist der Ausgang, Benni. Da ist der Ausgang. You get it. Come on. E drücken, E drücken. Take you. Ja. You can save yourself. Ja. 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 Yay. Yay. Was für eine Demo. Ist doch immer der zu spielen. Oh Gott. Ja. 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 Ja Untertitelung des ZDF, 2020